Ein Krieger des Lichts bekommt im Leben immer eine zweite Chance. Wie alle anderen Menschen auch, weiß ein Krieger am Anfang seines Lebens nicht, wohin sein Weg ihn führen wird. Oftmals hat er den falschen Weg eingeschlagen, ehe er herausfindet, welches der Traum ist, den er in seinem Leben verwirklichen muss. Kein Krieger kann sich zu den anderen ans Feuer setzen und sagen, ich habe immer das Richtige getan. Wer das behauptet, lügt und hat noch nicht gelernt, sich selbst zu erkennen. Der wahre Krieger des Lichts hat durchaus schon einmal Unrecht gehandelt. Aber im Laufe der Zeit bemerkt er, dass die Menschen, denen gegenüber er sich falsch verhalten hat, ihm immer noch einmal wieder begegnen. Jetzt bietet sich ihm die Chance, das begangene Unrecht wieder gut zu machen. Und er ergreift sie, ohne zu zögern. Manchmal benimmt sich der Krieger des Lichts wie ein Kind. Die Leute sind schockiert. Sie haben vergessen, dass ein Kind sich amüsieren, spielen und ein bisschen aufmüpfig sein muss. Dass es unpassende, unreife Fragen stellt und Unsinn sagt, den es selbst nicht glaubt. Und sie fragen entgeistert, ist das der spirituelle Weg? Dieser Mensch ist völlig unreif. Ein Krieger ist stolz auf solche Kommentare und bleibt über seine Unschuld und seine Fröhlichkeit in Verbindung mit Gott, ohne seine Mission aus den Augen zu verlieren. Die Wurzel Antwort im Wort Verantwortung weist auf seine Bedeutung hin, die Fähigkeit zu antworten, zu reagieren. Ein Krieger, der verantwortlich handelt, war fähig zu beobachten und zu üben. Er war durchaus auch schon einmal unverantwortlich. Manchmal hat er sich durch eine Situation hinreißen lassen und nicht geantwortet, nicht reagiert. Aber er hat die Lektionen gelernt, hat eine Haltung bezogen, einen Rat befolgt und die Demut besessen, Hilfe anzunehmen. Ein verantwortlicher Krieger ist nicht der, der das Gewicht der Welt auf seine Schultern häuft. Es ist jemand, der gelernt hat, mit den augenblicklichen Herausforderungen umzugehen. Ein Krieger des Lichts kann sein Schlachtfeld nicht immer wählen. Manchmal wird er überraschend zu einem Kampf gezwungen, den er nicht führen wollte. Aber fliehen hilft nicht, weil die Konflikte ihn trotzdem verfolgen würden. Daher redet der Krieger, wenn der Konflikt fast unausweichlich ist, mit seinem Gegner. Ohne Angst oder Feigheit zu zeigen, versucht er herauszubekommen, warum der andere den Kampf will, was ihn dazu bewogen hat, sein Dorf zu verlassen und ihn zu einem Duell herauszufordern. Ohne sein Schwert zu ziehen, überzeugt der Krieger seinen Gegner davon, dass dieser Kampf nicht sein Kampf ist. Ein Krieger des Lichts hört auf das, was ihm sein Gegner zu sagen hat, und kämpft nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Vor wichtigen Entscheidungen ist der Krieger des Lichts stets von Furcht erfüllt. Nach ein paar quälenden Tagen zieht er sich in die Ecke seines Zeltes zurück, in der er zu meditieren und zu beten pflegt. Er ruft sich die Zukunft vor Augen, sieht sich selbst und die Menschen, die von seinem Entschluss profitieren oder aber Nachteile durch ihn erfahren. Er möchte kein unnötiges Leid verursachen, aber zugleich auch seinen Weg nicht aufgeben. Dann lässt der Krieger zu, dass die Entscheidung sich offenbart. Wenn er Ja sagen muss, wird er es mutig tun. Muss er Nein sagen, wird er es ohne Feigheit tun. Ein Krieger des Lichts steht zu seinem Lebenstraum. Seine Gefährten meinen, sein Glaube ist bewundernswert. Der Krieger hört es mit Stolz, schämt sich dann aber sogleich, weil sein Glaube nicht so stark ist, wie es den Anschein hat. Da flüstert ihm sein Engel zu, du bist nur ein Werkzeug des Lichts. Es gibt für dich weder einen Grund, dich zu brüsten, noch einen dafür, dich zu schämen. Es gibt nur einen Grund zur Freude. Und der Krieger des Lichts gewinnt im Bewusstsein, dass er ein Werkzeug ist, Ruhe und Sicherheit zurück. Hitler mag den Krieg auf dem Schlachtfeld verloren haben, aber letztlich hat er etwas gewonnen. Der Mensch des 20. Jahrhunderts, sagt Marek Halter, hat das Konzentrationslager geschaffen und die Folter wieder aufleben lassen und seinen Nächsten beigebracht, dass es möglich ist, die Augen vor dem Unglück anderer zu verschließen. Er mag Recht haben, was das Wegschauen betrifft. Es gibt verlassene Kinder, in Massakern getötete Zivilisten, Unschuldige in den Gefängnissen, Betrunkene im Rindstein, Verrückte an der Macht. Doch er hat eins vergessen. Es gibt die Krieger des Lichts. Und die Krieger des Lichts akzeptieren niemals, was inakzeptabel ist. Schweigen hat seine Zeit. Reden hat seine Zeit. Ein Krieger des Lichts vergisst diesen Spruch nie. Immer wieder geschieht Unrecht. Alle geraten in Situationen, die sie nicht verdient haben, zumeist, wenn sie sich nicht verteidigen können. Häufig klopft die Niederlage an des Kriegers Tür und der Krieger des Lichts schweigt. Er verausgabt sich nicht mit Reden, die nichts ausrichten können, sondern nutzt seine Energie, um durchzuhalten, Geduld zu bewahren und den Glauben, dass einer zusieht. Einer, der das Unrecht sieht und es nicht einfach hinnimmt. Dieser eine gibt ihm, was er braucht. Zeit. Früher oder später wird das ganze Universum für ihn wirken. Ein Krieger des Lichts ist weise. Über seine Niederlagen spricht er nicht. Sein Schwert mag nur eine kurze Lebensdauer haben, doch ein Krieger des Lichts muss lange durchhalten. Daher lässt er sich nicht von seinen eigenen Fähigkeiten irreführen und vermeidet es, überrascht zu werden. Er gibt einem jeden Ding den Wert, den es verdient. Angesichts schwieriger Situationen flüstert ihm der Dämon häufig ins Ohr, mach dir keine Sorgen, das ist nichts Ernstes. Und bei belanglosen Dingen sagt der Dämon, du musst deine ganze Energie darauf verwenden, dies Problem zu lösen. Der Krieger hört nicht auf den Dämon. Der Krieger ist der Meister seines Schwertes. Der Krieger des Lichts ist immer wachsam. Er bittet die anderen nicht um Erlaubnis, sein Schwert zu ziehen. Er nimmt es einfach in die Hand. Er verliert auch keine Zeit damit, sein Handeln zu erklären. Den Bestimmungen Gottes getreu handelt er und steht dafür gerade. Er blickt in alle Richtungen und macht seine Freunde aus. Er sieht sich um und macht seine Feinde aus. Verrätern gegenüber ist er unversöhnlich, aber er rächt sich nicht. Er entfernt die Feinde nur aus seinem Leben, ohne mit ihnen länger als notwendig zu kämpfen. Ein Krieger versucht nicht, als etwas zu erscheinen. Er ist. Ein Krieger schließt sich niemandem an, dem übel will. Und auch niemandem, der ihn trösten will. Er meidet diejenigen, die nur in der Niederlage an seiner Seite sind. Dies sind falsche Freunde, die beweisen wollen, dass Schwäche lohnt. Sie bringen immer schlechte Nachrichten und versuchen unter dem Deckmantel der Solidarität das Selbstvertrauen des Kriegers zu zerstören. Wenn sie sehen, dass er verletzt ist, weinen sie Krokodils Tränen, denn im Grunde ihres Herzens sind sie voller Schadenfreude, weil der Krieger eine Schlacht verloren hat. Sie begreifen nicht, dass die Niederlage Teil des Kampfes ist. Die wahren Gefährten eines Kriegers sind immer zugegen, in guten wie in schlechten Zeiten.